Ja, Jaroslav und ich kennen einander seit zehn Jahren. Wir haben da lange darüber diskutiert, konnten uns nicht mehr so genau erinnern. Dann ist mir eingefallen, was macht man in solchen Situationen? Man schaut im Internet nach, das vergisst ja nichts. Tatsächlich, 2008 war er zum ersten und bisher auch letztes Mal in Tirol, damals noch bei einer kleinen Lesebühne namens Text ohne Reiter, wo ich auch beteiligt war. Wir haben ja gerade noch ein Video jetzt angeschaut zur Vorbereitung des Clips von damals. Aber wir sind, glaube ich, beide keine Sekunde gealtert seit Jahren. Genau, und Jaroslav Rudisch hat eben damals uns aus seinem Roman Grand Hotel vorgelesen. Ein Roman, der eben in Tschechien spielt, in einem Grand Hotel eben. Und auch das dortige skurrile Personal, irgendwie diese schrägen Vögel, die dort arbeiten und was sie so erleben, das legt quasi schon viel vor an Themen, die in Jaroslav Rudischs Gesamtwerk irgendwie immer wieder mal auftauchen. Also diese Liebe zu so skurrilen, schrägen Vögeln, so exzentrischen Typen, die kommen immer wieder vor. Und halt auch diese geografische Region, Zentral- und Mitteleuropa und auch die Geschichte davon, eben von Tschechien und von Österreich und auch die Verbindungen, die zwischen diesen Ländern und anderen Ländern, die ja früher irgendwie auch mal eines waren, bestehen. Das ist etwas, dem Rudisch immer wieder nachgeht und wo er ein fast schon unheimliches Wissen hat. Zum Beispiel am ersten Abend habe ich mir also beiläufig fallen lassen. Ich reise gerade aus Trixen in Südtirol an. Dann ist dir natürlich sofort eingefallen, dort ist der ein tschechischer Nationalheld und Dichter, der wurde dort in die Verbannung geschickt. Also man muss sich vorstellen, was für ein paradiesisches Land Tschechien sein muss, wenn die Verbannung Südtirol sein soll. So 1850 war das, ja. Der heißt Karel Havlitschek-Borowski und das ist wirklich der Nationalheld. Der war politisch sehr aktiv, also vor allem im Jahr 1848 in Prag und da war er plötzlich dann zu Persona Nongrata und wurde über die Nacht, damals noch nicht mit der Eisenbahn, aber mit so einer Kutsche, nach Brixen. Weil der Kaiser, die wollten erstmal, die Polizei wollte ihn nach Salzburg verlegen oder so, aber das war dem Kaiser zu nah. Und der sagte, der muss über die Berge, so ist der bis nach Brixen und da hat er fünf Jahre irgendwie oder vier Jahre. Und jeder Tschecher weiß das aus der Grundschule und Österreich kennt ihn keiner und die Pilgern, die tschechischen Pilgern, wenn die in Südtirol sind, immer zu diesem Haus, wo eine Freundin von dir wohnt. Ganz genau, eben diese... Wo er dann eine Gedichtbande auch geschrieben hat, die Tiroler Elagien heißt das, das was man in der Grundschule in der Tat liest, ja, in Böhmen. So haben wir jetzt alle auch schon wieder ein bisschen über tschechische Literatur gelernt und wenn man mit Jaroslav plaudert, bleibt es nie lange aus, dass man irgendwie was Interessantes Neues dazu erfährt. Er ist auch auf vielen anderen künstlerischen Gebieten tätig, auch als Musiker bei verschiedenen Bands. Er hat gemeinsam mit Jaromir 99 einen Comicband, Alois Nebel, veröffentlicht, ist auch journalistisch tätig. Viele seiner Romane sind auch verfilmt worden. Unter anderem jetzt auch das Buch, über das wir dann gleich, aus dem wir auch hören werden, Nationalstraße. Das Buch ist, ich sage es immer gern, so eine Gnackquatschen von einem Buch. Es handelt nämlich von einem Schläger, von einem Raufbold, der noch dazu lustigerweise belesen ist. Eine Kombination, die, glaube ich, auch nicht so häufig vorkommt. Ja, dieser Wandamm, so heißt er, wir bekommen wirklich einen Einblick direkt in seinen Kopf und in seine Philosophie des Draufschlagens eben, dass auch alles, was er nicht kennt, eben, auch das geht dann mit seinen blanken Fäusten los, ist natürlich ein jetzt fast bitter aktuell gewordenes Thema eben, wenn wir denken an die Geschehnisse in Chemnitz und in anderen Städten in Sachsen. Ja, das Buch hat Jaroslav schon vor einigen Jahren geschrieben, als hätte er es vorausgesehen. Genau, ich glaube, noch viel mehr brauchen wir vorab nicht zu wissen, um uns auf die Lesung zu freuen. Also für die zartbeseiteten unter Ihnen, es ist anscheinend eine Action-Szene, also passt da von einem da auch. Und viel Vergnügen, Jaroslav, bitte die Lesung. Vielen Dank, Martin. Ja, Nationalstraße, ich habe es 2013 geschrieben, nach einem, 2012, 2013, nachdem ich einfach diesen Typen in einer Prager Kneipe getroffen habe, ein belesenes Schläger, tatsächlich, das trifft man, solche Leute trifft man nicht jeden Abend in Prag in einer Kneipe, der sich ja prügelt, aber dann zugleich Lyrik und Bücher über Geschichte liest und Romane liest. Und Nationalstraße, warum? Nationalstraße, das ist eine sehr bekannte Straße in Prag, die Wenzelsplatz mit dem Nationaltheater und mit dem Mordau verbindet. Und da hat sich am 17. November 1989 eine Demonstration abgespielt, die wurde brutal von der Polizei zusammengeschlagen. Und das war der Anfang der politischen Wende vom Umbruch in der Tschechoslowakei damals. Und mein Held, dieser Schläger, war da und hat den ersten Schlag gegeben, sozusagen. Und fühlt sich irgendwie für das Land verantwortlich. Und jetzt hockt er am Stadtrand von Prag, in einem von diesen vielen Kneipen, in diesen Plattenbausiedlungen um Prag herum. Da sitzt er und schaut einfach, was mit dem Land, was mit Europa, was mit uns passiert ist. Und ja, und wenn, und prüge sich ab und zu. Ja, und so. Ja, und es geht auch um den Wald, der um Prag herum immer war und im ganzen Mitteleuropa. Und da fange ich jetzt ganz kurz in den Wald und dann geht es in die Kneipe gleich direkt. Die Kneipe heißt Severka, das, da ist sowas wie Polarstern oder zum Polarstern. So hießen viele Kneipen in diesen Plattenbausiedlungen, weil die meistens im Norden von den Städten waren. Und dann ist denen nichts Besseres eingefahren, als die Gashäuser zum Polarstern zu nehmen. Eigentlich sehr poetisch für diese sehr brutale Welt. Hörst du die Stille, die dumpfe Stille? Spürst du sie, die dumpfe Stille von unserem Wald? Siehst du die Schatten im Gebüsch? Das sind meine Krieger. Sie kommen. Schon nehmen sie Platz auf dem Steinkreis unter der Ulme, die alten Krieger. Rück zur Seite. Weg ein paar Scheite nach, schenk ihnen ein, mir auch, dir auch. Ordentlich, damit aus dir ein Vollbrutkerl aus Stahl wird, kein Weichhai aus Plaste erlaste. Meine Krieger. Die Nacht wird lang und kalt. Meine Krieger. Sie werden uns alte Geschichten erzählen, die gar nicht so alt sind, wie man meinen könnte. Meine Krieger. Es sind immer die gleichen Geschichten, unsere Geschichten. Es gibt keine Lichter, es gibt keine Stadt. Es gibt nichts mehr. Es gibt nur diesen Wald. Es gibt nur diesen Sumpf. Es gibt nur die alte Ulme. Nationalstraße. Aber du trainierst doch, Junge, ich sehe das. Nein, kein Wort. Halt die Klappe, verdammt. Mir brauchst du nichts zu erzählen. Ich kriege es auf zehn Meter, ob einer trainiert oder sich lieber von der Glotze einen runterholt, wenn er beim Zappen durch die Sportkanäle bei einer blonden Wette verlandet und ins Grübeln gerät, ob die sich ihrer Pusse rasiert oder nicht. Ich weiß, ich weiß, die Weiber von heute rasieren sich. Die Weiber von heute wollen wieder Kinder sein. Und bei Männern, die sich rasieren, ist das genauso. Kindfrauen und Kindsmänner. Diese Verweichlichung, die wird kein gutes Ende nehmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Sag mir lieber, wie viele Liegestütze am Tag schaffst du so? 30? Jeden Tag? Echt? Gut. 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 Ich sehe doch, dass du nicht lügst. Ich sehe sofort, auf wie viele Liegestütze so ein Typ kommt. Aber weißt du was? Mag mal 3 mal 30. Und in einem Moment, Monat, in einem Monat oder spätestens in zwei, kannst du dir jemanden aussuchen, den du in die Mangel nimmst. Damit du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du einen in die Mangel nimmst. Damit du über deine Kraft Bescheid weißt. Damit du das Gefühl kennst, wie das ist, wenn du feierlich siehst und jemand anderes unfeierlich verliert. Das muss man üben. Heutzutage ist das alles schon in Vergessenheit geraten. Genauso wie das, was am Anfang von jedem menschlichen Tun steht. Na, ist der Groschen gefallen? Die gute Arte Handarbeit. Grinst nicht. Du kommst mal gerne drauf zurück. Du musst noch an mich denken. Weil ich weiß, dass es im Krieg, wie im Leben und in der Liebe so und nicht anders läuft. Immer geht man gegen andere vor. Gewinnen tut aber nur einer. So und nicht anders liegt die Welt. Und wenn du einen in die Mangel nimmst, dann hast du das auch schon begriffen und darfst nicht mehr im Dunkeln. Du lässt einen seine Erfahrung machen und machst selber eine. Das ist mein Credo. Hart, aber sauber und verdammt einfach. Verlieren kann jeder. Gewinnen nur einer. Hast du dich mal schon geschlagen? Auch in der Schule nicht? Nicht mal rumgebalgt? Auch nicht wegen Mädchen? Junge, 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 Junge. Aber ich sage dir, Gott sei Dank ist es nicht zu spät. Anfangen, das geht immer. Du betrittst eine Kneipe und siehst dich um. Du kannst gerne auch einen Spielsalon oder eine Diskothek nehmen oder probierst du es mal im Theater oder im Kino. Ich gehe am häufigsten in eine Kneipe. Meistens zu uns in die Saverka, wo früher auch mein alter, dein Großvater hingegangen ist, bevor er seine Eigenweite rausgekotzt hat. Der hat am gleichen Platz gesessen wie ich heute. Also du kommst rein, warst die Lage. Die glatzköpfige, toll dringende Maschine da hinten. Von der Liebe die Finger weg. Die zwei vorne, die könnten Probleme machen. Ihre Armmuskeln siehst du zwar nicht, aber ihre Nacken erinnern an zwei geduckte Stiere. Der da, das ist ein dünnes Hemd, ein typischer Kindsmann. Mit dem bringt das nichts. Den haust du nur an und schon ist er weg. Aber die drei, die könnten gute Gegner sein. Ich mag es gerne gerecht. Jedem die gleiche Chance. Das nennen die Frauen heute Emanzipation, oder? Gleiche Chance und für alle. Ich bin Emanzipierter, ich bin Van Damme. Zuerst ganz relaxed. Ein Bier, ein Rum, eine Fluppe, Salzstangen und noch ein Bier. Dazwischen lässt du ab und zu den Blick nach Weibenschweifen. Aber in Kneipe wie der Saverka gibt es kaum welche. Keine Ahnung warum. Die einzige Frau, auf die man bauen kann, ist unsere Silva am Tresen. Silva ist neu hier. Silva macht auch rauere Schale. Aber das machen heute alle, damit wollen sie dich nur reizen und provozieren, damit du zeigst, dass du härter bist als sie, damit du sie besiegst. Nur dann lieben sie dich. Keiner will einen netten Süßen haben, egal wie oft sie das auch sagt. Nett heißt blöd, merk dir das. Silva ist eine Primaschnalle. Bei ihr ist alles am richtigen Platz. Helles, blondiertes Haar, knackige Arsch, schlanke Beine und Brüste, die perfekt in der Hand liegen. Ja, die ein paar Fälzchen und Ringe unter den Augen, aber das gehört in der Saverka dazu. Zwei Narben am Handgelenk. Jeder hier trägt eine Narbe. Jeder von uns ist mal im Straßengraben gelandet oder ist durch eine Glastür geflogen. Jeder von uns ist mal auf die Fresse gefallen. Jeder von uns hat mal kraftlos am Boden gelegen. Hauptsache nicht gleich vor Selbstmitleid zu fließen. Silva hat die Saverka von ihrer Mutter übernommen. Mit der war es zum Schluss ganz schnell gegangen. Krebs oder sowas Eckiges. Bei der Beerdigung waren wir alle da, bis zum letzten Mann. Aber das ist eine andere Geschichte, eine traurige Geschichte. Die Stimmung, die Stimmung ist gut. Du gibst ein Bier runter, schiebst einen kurzen hinterher und bestellst gleich das nächste Bier. Und einer ordnet bei Silva eine Wasserleiche. Und Silva fischt eins von diesen blassen Würstchen aus dem Einmachglas. Einer steckt sich eine an und Silva auch. Und gleich muss sie husten, wie immer. Und dann sagt einer, scheiß Politik, kutsst mich sowas von an. Und ich sage, es ist überall dasselbe. Und ein anderer sagt, du wandern, aber mit den Frauen war es auch mal irgendwie besser früher, oder? Bevor sie zu diesen Eco-Bio-Femino-Terroristinnen wurden. Und noch ein anderer sagt, genau, keine Ahnung, warum meine Alte ständig mit mir kämpfen muss, statt mit mir durch die Makratze zu ballern. Und ich sage, such dir eine Jüngere. Und ein anderer sagt, die sind noch biestiger. Und noch ein anderer sagt, aber warum quert die mich so mal? Und ein anderer sagt, vielleicht magst du das, gequert zu werden. Und noch ein anderer sagt, ist doch Unsinn das alles. Und Froster, mein einziger Freund, steht auf und sagt das, was er immer sagt. Die Welt besteht aus Unsinn. Und er lacht als einziger darüber. Und ich sage, das geht wieder vorbei. Und ein anderer sagt, wie vorbei. Das hier steckt auch alte Frauen an. Neulich wollte meine Alte tatsächlich, dass ich mich zum Pinkeln hinsetze. Und ein anderer sagt, du sitzt beim Pinkeln. Und ich sage, ich auch. Und noch ein anderer sagt, ich fasse es nicht. Wann dann, du? Und ich bruste vor Lachen, beim Bissen sitze ich nie. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Eine Frau steht beim Bissen auch nicht. Wenn sie es könnte, würde sie das tun. Oder, Silva? Und Silva sagt, ich kann es ihm stehen. Und die Männer sind hin und weg. Und einer sagt, zeig mal. Und Silva sagt, träum ruhig weiter, nichts da. Das gefällt mir. Silva kann gut Krauen rausfahren. Silva ist keine Kindfrau. Silva ist eine Prachtschnalle. Silva ist meine Wortfrau. Da nächelt sie ein wenig. Und ihr Lächeln ist wie eine Wucht. Und ich bräckle auch. Und einer sagt, da ist was dran. Und ich sage, das geht alles wieder vorbei. Guckt euch nur die ganzen Kriege in der Weltgeschichte an. Früher oder später dreht sich alles und bricht zusammen wie beim Dominospiel. Das Gespräch plätschert vor sich hin und wir trinken Bier. Und dann kehrt das Gespräch wieder zur Politik zurück. Und plötzlich merkst du, wie angespannt du bist. Wie etwas in dir zittert. Und wenn einer keine Ahnung hat, wie das Leben in Böhmen läuft, dann sind das unsere Politiker. Bloß die verändern sich nie in dieser Werke. Und dann spürst du es. Du spürst, wie es langsam aufzieht, wie es stärker wird, wie es vibriert. Ganz sanft. Nicht in den Fäusten, sondern irgendwo ganz tief in deinem Körper, in deinen Adern, in deinen Venen, in der Tiefe, dort wo dein Vulkan sitzt. Du spürst, wie er sich den Weg nach draußen bahnt. Also palst du die Lage. Du palst die Lage und findest einen. Immer. Man findet immer einen. Einen, der sich raufen will. Einen, den man in die Mangel nehmen kann. Einen, der Probleme macht. Einen, der wissen will, wie das Leben läuft. Am besten polierst du dem die Fresse, der es auch verdient. Der einfach in die Fresse kriegen will. Der nach Bestrafung ruft, nach Erfahrung. Der wissen will, wie das Leben läuft. Wie der Typ neulich, der sich zu uns verirrt hat. So ein gemütlicher, beschwipster Provinzbrittens aus Meeren, mit fetten Bausbettchen unter den Augen. Man sah direkt, wie sie ihn schon als Baby von oben bis unten mit Presswurst und Pressack und Speck vorgestopft haben. Der hat bestimmt die 140 Kilo gewogen. So ein ordentlicher Jagdpanzer, mittleres Kaliber, so T-34. Kennst du, wie bei den Russen. Und schon auf der Schwelle, wo saunte der? Na, ihr Hosen-Scheißer, wer will hier ein paar in die Fresse? Dumpfe Stille. Kapiert? Keine Grabesstille, keine leichte Sommerabendstille, sondern eine dumpfe, unheilverkündende Stille. Er schien es aber wirklich wissen zu wollen. Hey, wer will hier ein paar in die Fresse? Als erstes knöpfte er sich Silber vor, das hätte er nicht machen sollen. Zunächst gibte er sein Bier über die Theke und dann sagte er, dein Bordell. Und dann sagte er, deine Nuten. Silber sah ihn an und sagte kein Wort. Silber wusste, was kommen würde. Froster stand auf, erster wie immer. Aber die Männer zogen ihn wieder runter auf seinen Platz. Nach dem letzten Mal hat man ihn auf Bewährung rausgelassen. Und schon davor hat er mal wegen GFK gesessen. Wenn du das aber genau wissen willst, damals hat man ihm gelingt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist Frosters Geschichte.